20 Jahre Wort und Musik für nachdenkliche Spätaufsteher. Der Titel ist Programm. Wir haben aufgenommen Themen der Zeit, aktuelle Themen und die Musik war der Resonanzraum für die Erfahrungen, für die Gedanken und vor allem für das, was wir dabei fühlen. Ich habe mich immer wieder gern einladen lassen zu dieser Veranstaltung Wort und Musik für nachdenkliche Spätaufsteher, aber vielleicht sollte man über den Namen nochmal nachdenken. Man könnte auch sagen Punkt und Kontrapunkt für Aufgeweckte und Ausgeschlafene. Wo steckt denn nun der liebe Gott in dem, was wir sehen, in dem, was wir erleben, erfahren und auch in dem, was wir erleiden.